Yo Leute, jetzt geht es um den 7. Februar 1974, die MS-Show und diese CD hier, also wenn es die da oben oder die hier, aber die hier kennen sie ja alle. Geht es nämlich darum, dass Elvis G.D. Sumner beim Song Love Me richtig erschrecken tut. Auf Wiedersehen. Geht es nämlich darum, dass Elvis G.D. Sumner beim Song Love Me richtig erschrecken tut.